RTL-Event-Giebel Ich will das Born des Sonnenuntergangs in einem Leichensack legen. Stell dir vor, alle sind hinter dir her. Wer ist da draußen? Und du weißt nicht warum. Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern, was länger als zwei Wochen her. Dann kriegen Sie es raus. Die Born-Identität. Morgen, 20.15 Uhr. Mein RTL. Mein RTL. Ah, echter Geschmack. Zero-Zucker. Warum dann nicht auch ein super Leben und Zero-Care sein, ne? Erwachsen werden, aber Zero-langweilig. Warum können die Wochenenden nicht am Mittwoch anfangen? Und wieso können Liebesfilme bei Frauen keine realistischen Erwartungen wecken? Denn ich hab ja auch echten Geschmack und Zero-Zucker. Und genau so sollte das Leben sein. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Coke Zero. Echter Geschmack und Zero-Zucker. RTL Living. Ein neuer Sender wird zum Erlebnis. Reisen und Abenteuer. Irgendwo auf der Welt ist der Himmel immer wolkenlos. Wohnen und Garten. Vier Hände möchte ich haben. Familie und höchster Genuss. Alles, was das Leben schöner macht. Und, sind Sie neugierig geworden? Tauchen Sie ein in die Welt von RTL Living. Weitere Infos unter RTL-Living.de oder auf der RTL-Textseite 409. RTL Event Kino. Ein Student mit Leib und Seele. Bleib kein Dummi. Bleib auf der Uni. Dad. Ich hab heute Morgen den Scheck für dieses Semester sperren lassen. Jetzt muss er selber Geld verdienen. Mit den wildesten Partys, die der Campus je gesehen hat. Doch dabei riskiert er Kopf und Kragen. Wir haben erfahren, dass hier Alkohol am Minderjährigen ausgegeben wird. Ein Grund zur unverzüglichen Zwangsensmatrikulation. Ryan Reynolds in Party Animals, nächsten Samstag, 22.10 Uhr. Gleich. Der Wahnsinn geht weiter. Ich hab Angst. Das schaff ich nie. Ganz langsam. Oh Gott, ich kann. Sketch Attack. Gleich. Herzlichen Dank. Vielen Dank.